Hallo, ich bin Fabian, Polymechaniker bei Nestle in Konolfingen. Heute zeige ich mal etwas über meinen Berufsalltag. Kommt doch mal mit! Um Polymechaniker zu lernen, braucht man sicher ein gutes technisches Verständnis, ein gutes Vorstellungsvermögen, Freude der Technik und sicher auch Freude der Mathematik. Als Polymechaniker geht man im ersten und zweiten Lehrjahr je zwei Tage in die Schule, im dritten und vierten Lehrjahr geht man noch einen Tag in die Schule. Die Schule ist das Thun im CSDDM. Die Hauptfächer sind Mathematik, Fertigungstechnik, Währstofftechnik, Zeichnungstechnik und Maschinentechnik. Das Coole zu arbeiten im Nestle Research Konolfingen ist, dass wir für die Forschung Prototypen herstellen und keine Serienfertigung herstellen. Das ist natürlich sehr interessant und abwechslungsreich. Und was ich sehr cool fand, dass ich an einem internationalen Projekt mithelfen durfte. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick gesehen, von meinem Berufsalltag als Polymechaniker bei Nestle das Konolfingen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbe ich euch noch heute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020